soja ein wunderschönen würde ich mal sagen 4 level 2 episode 2 level 27 so rum auf das messer okay wir stehen geblieben eine web mit 300 gegnern oder ungefähr so 302 oder so 304 leko mio ja darum wirkt doch tatsächlich etwas beendet da habe ich nicht gesehnte tut mir aber okay vielleicht sollte man erst die waffe wechseln und dann angreifen das macht wahrscheinlich mehr sinn als die waffe zu wechseln und während man die waffe wechselt versuchen kann zu greifen das funktioniert so nicht ich vernehme die geräusche von mehreren ländern hoha ein schalter okay das wirkt schon wieder wie so eine tricks and traps map ja definitiv leck mich doch am arsch okay liegt hier überall diese weißen striche in der map das bedeutet wollte ich den schalter drücke doch nicht doch es war nicht so schlimm wie ich dachte aber es kommt doch das ist ein schalter okay ja danke okay hinter mir ist frei jetzt hat sich die linke tür geöffnet ja sorry aber wevenant und archweild sind die einzigen na gut wevenant da kann man auch ein bisschen taktischer vorgehen ja eben ich kann taktischer eben ich kann meine 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 doppelläufige benutzen da habe ich da wenigstens gleich äh sag schon wenigstens gleich diese komischen raketen dinge da so nehme ich jetzt die hier ne aber eben gerade also archweild das wirklich eine 1 wie konnte ich gar nicht überall hängen bleiben hier ey ich wollte gerade sagen wie konnte ich das vermasseln in dem moment natürlich auch noch irgendwo zu hängen hier digga komm her geht doch boah alter wird hier schon wieder los yay sind wir zwar schon voll aber wenn wir vielleicht noch gebrauchen können bei einer 300 da ach du kacke schnell raus danke so jetzt wieder hier äh der verfall kommt falsch ich habe diese Hölzdinger dass man überall hängen bleiben muss das ist so sinnfrei okay oh trab an meine fresse hier die web geht mir jetzt schon auf den sack ernsthaft so noch mehr bei Wernens ich könnte es fast witten ach leck mich doch am Arsch was kommt jetzt so obwohl ich war vielleicht gar nicht so schlau ich hätte mal ganz schnell den Schalter noch drücken können fuck warum bin ich so langsam ist nicht euer ernst warum es bei der Master meint und warum mag er mich nicht also lass mich hier durch ich werde sich echt bei jeder scheiße hängen ich bin bestimmt mit Abspok gebaut ich bin nicht es sei Was? Okay, die Möp gefällt mir jetzt schon wieder nicht. Habe ich wohl schon gesagt noch. Okay, ich sitze. Mann, Alter. Zwei Spider Masterminds. Wie als wenn eine nicht gereicht hätte. Ihr wollt mich doch verarschen. Leute, es ist erst mit Maps 27 und noch nicht 30. Was habt ihr denn Spider Masterminds zu suchen? So, erstmal schön zurückgehen, damit ich meine Waffe in Ruhe wechseln kann. Hallo, kommst du Papi? Komm her, du Ficker! Fuck you! Meine Güte! So. Nächste Tür öffnen. Ähm, was öffnet sich jetzt so? Achso, okay. Jetzt hat sich wahrscheinlich die Tür geöffnet. Nein. Oh nein. Ich werde gut. Die machen sich vergesseitig fettig. Aber what the fuck? Digga! Erst zwei Spider Masterminds und jetzt noch einen Archweald, der schon als Revenant wiederbelebt. Ey, ihr wollt mich doch ficken. Fällt jetzt nur noch, dass die Archwealds auch Spider Masterminds wiederbeleben können. Dann bin ich raus. Dann, äh, ja, ne? Das war's dann. Oh mein Gott. Jetzt war's hier gleich mit gleich. Ich hab doch gesagt, wir brauchen die Dinger. Ah, dieses Spider Masterminds, die geht mir so auf den Sack. Du kannst gar nicht irgendwo anvisieren. Mann! Jawoll! Geht doch! Alledige ihn! Los, du Ficker! Und manchmal können sie sich auch gesättet fertig machen? Nee, ist immer noch der Archweald, der da rum experimentiert. Digga, wie lange trocken die, um die fertig zu machen? Ich kann's mal. Hä? Wo haben denn jetzt schon wieder diese Kack-Raketen hingezielt? Die ziehen einfach eins zu eins auf den Pfosten rauf. Soll ich das mal verarschen? Jetzt sagt mir nicht, die Spider Masterminds, die diesen Archweald nicht erledigt. Geht hier nicht mal mit dem rechten Ding zu. Ich meine, gut, wir müssen sterben dabei auch die Spider Masterminds irgendwie. Also hab ich dann zumindest einen starken Gegnern nieder. Aber der Archweald wäre mir fast lieber. Wobei, ganz ehrlich... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's doch gerade gehört, dass die Dinger kamen. Ich hab's doch gerade gehört, dass die Dinger kamen. Das ist ein Hyrule. Trabbe an, Mädel! Habt euch hier aus dem Tag Zeit. Oh Gott. Boah alter, ey... Erdbeben! Ich haue dich Oh komm Mädel, jetzt hier Es ist ein Lauf mit dir Nicht schießen, her komm Sie sind genauso dumm wie ihre Raketen, Alter Sie schießen einfach gegen Pfosten So Der Arschwein lebt immer noch Ah Er nimmt ganz langsam Schaden Ich glaube das nicht Okay, gleich ist das so Warum Warum lebt dieser Arschwein so extrem wenig Schaden Ist doch hier gescheatet Okay Deswegen, weil sich die Viecher gegenseitig umbringt Der Arschwein steht da nur so mittendrin scheinbar Das sagt natürlich einiges Gut, ich gebe dir ein bisschen Rüstung Ja, komm her damit Solange die sich dann noch gegenseitig in die Haube kommen Können wir hier mal hier schön zugucken Wer da wieder gewinnt Ja, komm Ja, der Linke gewinnt Oh mein Gott, mein Favorit ist der Hintere Äh, nee, der Vordere Ja, er wird sterben Oh, hier locker Alter, komm, komm, komm My friend You win the game Bitch Oh mein goodness Oh mein goodness Der Erste ist gleich tot Yay Ah, komm Jetzt zeig mir nicht deinen Arsch, du Arsch Was ist denn hier los? Kein Respekt mehr Und er ist tot Jetzt muss ich aufpassen Digga, was ein Erdbeer hier Okay Welche Kabel reicht ein Ding aus? Da ist ein bisschen andro Hä? Digga, da waren mindestens Punkte unter Unterschied von 200 Punkte Wir konnten beide sechs Ah Splash Dammit Stimmt ja, die Dinger Haben ja Splash Dammit, wenn die hochgehen Ja gut, okay Dann sind wir beide gestorben Also kann ich keine Wetten abgegeben Zumindest offiziell Äh, ja gut, okay Hätten wir das auch mitgelehrt Wow Oh, was jetzt? Den Schalter muss ich hier drücken Mann, Alter Ernsthaft? Muss ich hier irgendwo Halt, ist irgendwo Äh Sturzlitte? Nein, ist der Sturzlitte? Hallo? Okay Ich halte den Vierer auf Opfern Sonst würde ich nämlich Dieses zweite Ding hier aufnehmen Und das ist nun nicht Unbedingt meine Intuition Okay Was hat jetzt geöffnet? Digga, da waren noch gar keine Geilinigen Oder bin ich jetzt blind? Nee, war da nicht Da waren auch keine Geilinigen Also kannst du dich nicht Mal mehr darauf verlassen Okay, also durchrennen Geronimo I hate you Idiot Ja komm, Nummer 2 Das ist ja wieder Sauerei Haha Das ist natürlich zu lange Boah, Alter Dachte schon Du könnt da definitiv noch verwenden Einfach deswegen wollte ich dich anbieten wir sind zwar was die verwendungsmöglichkeiten angeht relativ begrenzt weil die dinger ja wie gesagt die schießen halt einfach luftlinien zu den gegnern hin selbst wenn da sowas dazwischen ist natürlich bullshit weil ich dachte die raketen ziehen erst dann zu den gegnern hin wenn sie auch sichtkontakt zu denen haben aber die ziehen scheinbar auch schon hin wenn sie irgendwie luftlinienkontakte oder keine ahnung wo ist denn der jetzt so hallo er dann dummheit ich sag's ja er dann dummheit ist da noch ein knopf alter gibt's doch gar nicht so jetzt jetzt guck ich alles nach und diese weißen linien kann man sich nicht mehr verlassen aber so wie es klang scheint sich jetzt da drin was geöffnet zu haben das klang zumindest extrem nah hier ist noch alles zu ich gehe sicherheitshalber noch mal hier in die richtung ob ich hier was geöffnet hat nein 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 ok ok dann hat sich jetzt hier wahrscheinlich einer von diesen dinger hochgetan da von der wird ja alles versperrt ja sag ich doch ok auch scheiße nicht teleportieren äh der teleportiert mich ja garantiert wieder um die gegnern masse rein oder ach ne geht das hast du Verschwendung nein so er ist vollkommen ausgedient ok jetzt haben wir hier drei tele einen teleporter die anderen sind gesperrt weil das ist oh gott ich ahne es das wird ein riesen labyrinth da brauche ich ne red key hier brauche ich gar kein key hat er waschen ein oh mein gott wo ist der webber denn hä der webber denn das gibt wo 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 ist denn gestorben Lol Oder so Denke ich mal Keine Ahnung, aber Gut, erstmal gucken, ob wir eine Fluchtmöglichkeit haben Wo geht der hin? Ah, wir haben eine Fluchtmöglichkeit, sehr schön Das gefreut Oh Okay, unser Defizit war scheinbar groß genug Und das ist keine Verschwendung Ähm, ja, was jetzt genau? Das nehmen wir Kein Secrets? Scheiße Das können wir nicht mitnehmen Doch, können wir Hey, wo ist unsere Reaktion? Ach, das ist unsere Reaktion Die Schrift ist so klein Scheiße Ich brauch nur Brille Viele Mann Ich brauch nämlich viele Brillen Okay, ansonsten Äh, ja, alles andere brauchen wir erstmal nicht Dann, wie gesagt, gehen wir erstmal hier hin Äh, wir bleiben erstmal bei der Sprutflinte Weil Sachen haben wir hier eine Packung Dann haben wir in dem anderen Raum noch mindestens zwei Packungen Also wir haben von der Sprutflinte erstmal relativ viel Munition Okay Oh, alter Meine Fresse Die kommen ja nicht durch, oder? Doch, kommen durch War doch klar Wieso ist denn da stehen geblieben Der eigentlich gerade Hä? Nein, halt So Also erst das Ding auf Erst das Ding auf Jetzt rennen Hä? Oh nein, nicht Doch, ist genau bei der Tür Ah, super Ist das jetzt nicht euer Ernst, Alter Ernsthaft, ey Ist doch Nein Hier Nie und nimmer I hate you Da, komm her Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott Schatz Ich bin aus Schatz Schatz Voll daneben. Warum macht der Im, wenn er geschleudert wird, genau die gleiche Überrasche wie wir, wenn sie geschleudert werden? Das macht no sense, was is funny. Oh, Megasphere! Sehr schön! Hier öffnet sich nichts, hier öffnet sich nichts. Sie sind also wahrscheinlich wieder fallen. Da hinten öffnet sich was. Wo ist hier? Da. Woah! Hä? Oh! Ich dachte, ich gehe in die andere Richtung. Da wollte ich hin. Hä? Nein, Moment! Oh Mann, Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Das da genau, da ist ne weiße Linie. Willi, Nigga? Willi, Nigga? Falle oder kommen wir wieder raus? Was? Äh... Ah! Geil! Ja! What? Mann... Ey, wer kommt auf so Idee? Ich will sterben. Ah, leck mich doch. Äh... Was denn jetzt? Easy! War das jetzt eine schlaue Idee? Ich glaube mal nicht. Fuck! Gibt's doch gar nicht. Ich muss es schaffen, ohne ihn zu verletzen. So zum Beispiel. Jawoll! Ha! I'm a god. Auf neu laden. Äh... Bitte. Warum geht das jetzt einfach mal runter? Danke. Wollte ich doch mal was? Ne. Ich hab keine Ahnung. Okay. Das ist auch schon wieder munition. Also munitionfächtig sieht in dem ab tatsächlich sogar relativ gut aus. So, jetzt können wir in die Richtung gehen. Das macht ganz auch Sinn. Leider wissen wir schon, was uns erwart und zwar ne Menge Scheiße. Nein! Mann! Das da! Und damit hoch ist. ich muss erstmal alle rauslocken damit er kein wiederbeleben kann ich gehe vor gar nicht man jetzt habe ich das Ding auch gesammelt machen wir anders ich gehe mal kurz zurück und sammle das Walddenk hier auf okay komm doch raus du scheiß Pinky warum mag er mich nicht Arschloch na boah Alter das gibt es doch gar nicht wisst ihr was hier kommt dann verreck halt ersthaft jetzt darf ich mich hier schon wieder bei der Tür hängen dann halt so rum okay okay karljallö 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 der question 8 da, der smoothie, würde ich gerade sagen guck mal an, woher noch überall welche rumstehen muss nur aufpassen, dass ich nicht schon so ganz viele Raketen mitnehme ok, siehst du, die letzte Rakete zum Beispiel war ich mir da verschwindet oh, muss ich zuweilen ja doch, sehr extra, fick dich, vergangen Mann, lass mich zu meiner Mami, du perfekter ficky fick thank you very, da muss ich hin so, noch mal Raketen hier ist noch eine, da danke was hast du jetzt gerade geöffnet, was ist das hier, Hilfe wo kommt das alles her achso, da war gerade wahrscheinlich der Schalter hier aber ich höre, auch da hinten bewegt sich jetzt gerade irgendwas die Frage ist halt nur, was, sind das jetzt die Plattformen da? ich gehe mal nochmal hier hinten hin gucken, ob sich irgendwas getan hat ja, danke ach, das sind diese Dinger hier wow ihr seid zu laut Mann, Alter ihr verwirrt einen ok oh mein Gott oh mein Gott was haben wir hier mit dem ganzen Archweilen Archweils äh äh Mann, hier die Dinger da wer sind die wir werden es goddammit oh mein Gott oh mein Gott wow hello 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 mother flicker was ich habe nichts verlegt was war das billig gut, hier ist nichts mehr ach, da hole ich doch noch ein nein, 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 nein nein, 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 nein hier hallo dankeschön wow was er hätte das da ich höre sowas von einem diese ganzen blotting öffnet sich gleich und kommt überall raus ich würde so in den arsch ficken ganz ehrlich ich trau dem ganzen gar nicht spektrum noch die transparenten fischer warte hier kommen nein weil wir jetzt erstmal hier meine waffentechnologie ausfeiern nein das meine ich nicht ah ok was geht doch so wollte ich das machen so easy erstes frage was mache ich hier mit ah ich komme dran vorbei sehr schön ok hier ist nichts hier geht es noch weiter hier ist aber auch nichts was ich treue gar nicht komplett auch dahinter ist schon ein schalter ok schade bin ich aber gespannt was damit alles öffnet was ich habe mich gesehen was muss ich machen mit diesen kurzen dinger was muss ich machen damit die mich mit den dinge nicht sehen ha ihr noobs geht mal kacken will ich nigger oh nein nein i hate you was wof ey du kannst mich wof 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 Geht doch! Okay, das war jetzt noch eine Verschwendung. Alter, manchmal verstehe ich das echt nicht. Vor allem, ich habe auch nicht daneben geschossen. Ich war gut. Nein. Wobei. Ah, noch mehr Raketen. Das aber nicht, die brauchen wir noch. Oh, nee, dann lieber nicht, dann lieber das hier. Danke. So, wie sieht es hier aus? Hier brauchen wir das. Und da kommt Maki Meier. Bevor wir außerdem noch etwas aufnehmen, was wir nicht aufnehmen wollen, leider lieber so. So, da sind wir froh. Wir haben gerade mal ein Drittel aller Gegner. Oh Gott, das wird eine lange Map. Oh mein Gott, das wird eine lange Map. Ach du Scheiße, ich wollte nur noch ficken. Nein, ich wollte nicht... I hate you! Ha! Lutz! Kommt mal her! Hallo? Du sollst schon fair bleiben. Was? Äh, hallo? Nein, nein. Wo hat der... Ey, komm mal mal her hier! Das war der falsche. Digger! Ich hab's nicht mehr. Irgendwie hat mir das in der Schule bei anderen beigebracht. Nö, dann fallest du hier nicht mehr. Wo war's hier noch ist? Hat sich hier jetzt irgendwas geöffnet? Ne, ne? Achso, wir waren auch noch was. Oh, noch was. Ha! Hab ich gar nicht aufgesammelt. So, es hat sich hier das Ding geöffnet. Also langsam, ne? Langsam und ja... Scheiße! Ja, das war dumm. Was? Wie kann sich hier einer rein teleportieren, wenn man hier nicht mehr reinkommt? Ich kann doch gar nicht bloß. Oh Mann, ey. Das Map... So, wo wir gesessen sind? Ne, wir wollen uns wieder nach hier. Nein! Wobei, dort war keine Verständung. So kann ich damit leben. Aha! Okay. Ne, das war das. Das war... Hiermit kommen wir nach da. Boah, Alter, es geht raus. Äh, ne, hier. Okay. So, probieren wir mal das Ding. Hä? Ne, nimm mal kurz hier. Ne, nimm mal kurz hier. Boah, Alter. Brrrr. Kommt durcheinander. Also hier waren wir noch nicht. Fuck you. Egal. So, hier kommen wir noch da. So, hier kommen wir noch da. So, hier kommen wir noch da. Hä? Aber... Was müssen wir denn jetzt hier machen? Haben wir irgendwo eine rote Karte bekommen oder so? Äh, eine blaue Karte? Ne, gar nichts. Ja, macht Hände. Ich würde vor Weihnachten gerne wieder zu Hause sein. Habe ich irgendwo eine Karte bekommen, die ich übersehen habe oder so? Ne, auch nicht. Der Schalter war ja hier bloß, äh, für da hinten. Okay, hier war der Schalter. Jetzt sind wir unfassbar geöffnet, wo wir was Blaues bekommen. Die Frage ist nur, wo ist das, was wir bekommen? Ah, das ist schon wieder so verrückt. Okay. Gehen wir mal da, wo wir zuerst drin waren. Das heißt, da... Hier, hat sich jetzt irgendwas geöffnet, wo wir eine Blaue Karte bekommen? Ach ja, hier ist die Hände, da hinten ist ja noch was. Hier geht irgendwie noch was drauf. Wow. Ne, so treibst du die Punkte das aus. Was hast du noch nicht weiter geöffnet? Ähm... Ach so, klar. Wir können ja hier runter. Ich schon wieder. Okay. Ähm, am meisten haben wir nach wie vor hiervon. Wir bleiben doch mal erstmal bei der hier. Ach... Das wird Mittagsfrühstück. Äh... Das ist ein Schiffstück. Leck mich. Du bist nicht schnell genug. Bitch. Wow. Das war jetzt unfair. Fuck! auch nein ach so ich dachte schon das war so ein element der die los auch wirst du was hier kommt ganz ehrlich so paket gibt er hier in der meckung so viel zu genüge zum glück hier ist auch wieder einer man hey ach du komm mal auf Oh nein, nicht vorbeiner. Jetzt komm her! Mädel. Nee, den mach ich wieder mit Raketen weg? Da geht es jetzt hier relativ empfindlich, zum Glück, muss man sagen. So, was ist hier noch drin? Oh nein! Die müssen wir umbringen, bevor sie Eier legen, und zwar im Waffen des Wortes. Was soll doch die richtige Waffe auswählen, ey. Alter! Ich glaube, nach dem Let's Play spiele ich nur noch Realism Tactical Mode. Das ist ja hier... Wie viel die Gegner brauchen, um zu sterben, ist doch nicht mehr Realism und auch nicht mehr Tactical. Naja, komm mal her. I will fuck you in your fucking ass. Trappern! I don't like this. Oh mein Gott, er hat mich! Wo ist er jetzt? Okay, was hat er jetzt gerade aufgesammelt? A large health pack. Ah. Oh. Kann nicht schaden, ne? Kann man mal machen. Soll jetzt auch nicht so gesundheitsschädigend sein. Oh, da ist ein Schalter. Ich muss da hin. Ach, leck mich doch. Ist schon Hazard Seed? Oh, kommt mal nicht weiter. Ah, halt, ich muss da hin. Hier kommt man irgendwie auch nicht weiter. Ich mach ein Spring, aber... Jetzt habe ich erstmal beim Zeigen, dass man dahin kann, erstmal alles ausgelöst, was man ausgelöst, was man ausgelöst kann. Wüsste was? Dann machen wir das Magazin hier leer. So, dann gehen wir jetzt aber zurück. Können wir den Pizzi-Scheiß hier auch noch aufsammeln. Und das da auch noch. Haben wir jetzt wieder so ein Schalter-Magazin. Okay. Okay, und jetzt heißt es da so scheinbar wirklich rüber. Zirani-Ball. Zirani-Ball. Ähm, ich hab's hier jetzt nicht erst was geöffnet. Leck mich. Ah. Wow. Okay. Jetzt wir doch direkt. Okay. Oh nein, war's grad so Arschweil? Ja. Boah, Alter, ernsthaft? Komm her, komm her. Mitteltrab an, bleib stehen. Fuck you. Oh Mann, Alter. Das war schlecht. Das war echt schlecht. Und wir müssen hier. Oh Gott, warum ein Arschweil? Warum Arschweils? Ich dachte, einer pro Map reicht. Na komm, bleib stehen. Boah, ein Headshot. Wo ist der andere? Da kommen aber noch zwei Pinkies. Nicht Pinkies. Äh, Kakodemon. Okay. Mach ich jetzt mal den Arschweil. Fertig. Er mag's scheinbar. Trap an! Thank you. So. So. Wir gehen nochmal hier runter. Boah, Alter. Boah, Alter, geht in der Schwierab. Ich war doch kein Süper. Äh. Danke. Kommt man hier gar nicht drauf Wo, wo Wo kommst du denn her Ich hab mit Wasser ledig geschieben Oh, Alter, das ist aber gut hier Jetzt wird noch ein Pain Elemental irgendwo hinten, oder was Bleib still, bleib still Also, du wirst wissen, dass du nicht ein Kacko-Demon Bist du auch schon mal was Liebt der noch? Ja, er liebt immer noch Easy Okay Äh, nein, probier ich jetzt da Okay Jetzt bin ich wieder hier ganz unten Umgelangt Nerven technisch auch Digga, was geht denn her Fuck Mann, ey Das geht doch so auf den Sack Geh, fünf Uhr schaffe Munition Nummer eins Okay, weißt du, war ein reißer Pack Alter, da kriegst du, da kriegst du Alles Aha, noch ein Teleporter So, hier ist nochmal so ein Ding Kann ich eigentlich auch mitnehmen Wir haben ja noch dieses Mega Äh, diese, diese Äh, 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 äh Mann, hier ist diese weiße Kugel da Wie heißt denn die? Aha Da ist schon wieder Säure Mann, ey Ich bin doch nie Alp, ja Woher kommt die denn jetzt her? Ah Ja, lecker mio Dann komm ich doch nochmal hoch hier Oh oh I don't like the I hate you Auch nochmal Mega Charge Hä? Aha Okay Es wird wieder über eine, äh, Triggerline ausgetriggert The question is welche Aha Aha Mal schnell halten Okay Geht nochmal schön an Oh Keine Schaden Ähm Hier ist nochmal ein Schalter Dann drücken wir den mal Und gucken wir was passiert Dankjew So Jetzt werden wir die ganzen, äh, 20er Schachtel mitnehmen Mittlerweile können wir die echt gut gebrauchen Aber hier war ja auch noch einer Ja Easy Haben wir wieder zumindest ein volles Magazin Und haben immer noch mehr als genug Reserven Auf der restlichen Map-Verteil Okay Hier gibt's den Teleporter zurück Dann nutzen wir den auch mal Wir sind zwar hier Was ist jetzt hier geändert? Die müssen wir noch zu Ah Das mittlere Ding ist auch gegangen Oh nein Wisst ihr doch, was ich euch gesagt hab Über das Ding hier? Dass wir's brauchen werden? Ach, ich freu mich nur wegbewegen Ist ja nice Das macht die Sache natürlich ultra geil Der Egal Das macht die Sache sowas von easy Ha, lol So, gucken wir mal Was noch die anderen Seiten noch zu sagen Ach, so, da geht's los Äh, langweiler Gut, schauen wir uns mal Kommen wir noch hinter dem hier weg Easy Jetzt können wir uns mal irgendwo umschauen Hä? Oh Das war jetzt nicht so geplant Scheinbar kann ich nur in eine Richtung weggehen Hä? Ach so Ah Verstehe Okay That makes sense A little bit Ah, wow Alter Ich sag ja Das ist ein Labyrinth Äh Teleporter Labyrinth des Grauns Okay Oh Gott Das sind alle rein Ja, man kommt ja auch nicht mehr zurück Oh Gott Das müssen wir also ein bisschen vorsichtiger vorgehen Da fängt sich ja instan Der, wo kommt die alle her? Ja, jetzt teleportieren die sich ja alle rum Und durch die ganzen Maps Oh Gott Das wird hart Jetzt fangen die alle an sich durch die ganzen Maps Durchs, durchs, durchs Teleportieren Also durch die ganzen Dinger hier Oh ja Wo bin ich jetzt gelaufen? Ach, neuer Ding entworfen Hä? Da Oh mein Gott Wo denn? Da Man Dass man sich immer erst mal zurechtdrehen muss Geht doch Okay Der Penny Elemental scheint gestorben zu sein Was? Was? Okay Boah, Alter, ich treffe noch. Und der nächste kommt direkt hinterher. Gut, bei dem geht auch das hier. Boah, Alter, drei Leben.